So, hier sind wir wieder zurück bei Papers, Please. Da haben wir wieder eine Frau, die wird besuchen für ein paar Monate. Sayan Rusko, 427, bla bla bla. Passt schon, Shingletown, die Frisur sitzt ein bisschen schief, aber das passt alles. Drei Monate, Visit ist richtig, 30.10.82, ist gerade noch so gültig. 16.12.82, so. Da haben wir jetzt also noch eine Stadt mit dem Namen United Federation. Und da haben wir Shingletown, das heißt, ich kann mal durchlassen. Hoffe ich mal, dass wir jetzt keine Credits mehr einfangen haben. Keine bösen Credits. Nein, da gab es noch was Falsches. Verdammt. Okay, wir haben die Penalties, das heißt also, wenn wir zu viele Fehler haben, dann werden uns Dinge abgezogen. Die kann man Upgrade Bows machen. Space Key to Toggle Inspect Mode. Das heißt, wir können also mit den Shortcuts jetzt ein bisschen mehr machen. Alle okay. Können wir mal wieder das Food wegnehmen. Na gut, lassen wir das erstmal noch. Wir sind ja noch relativ gut bestückt. Können wir also weitermachen. Jetzt habe ich meinen Stop und nicht resettet, aber egal. Immigrants taking jobs from locals. Vince Lestrade wurde gefasst. 28. November 1982. Auf geht's wieder. Das heißt, jeder der arbeiten möchte hier auf der rechten Seite braucht ein Work Pass, einen gültigen. Und das war es auch wieder schon. Ah ja, sehr schön, mit Space kann man jetzt also das Ding hier toggeln, sozusagen. Das wird uns höchstens nützlich sein, gehe ich mal von aus. Ich fahre gerne was mit Shortcuts. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. So, da haben wir schon den ersten Work Pass. Die möchte arbeiten gehen für einen Monat. Accounting, Laila Werbeck, Laila Werbeck ist richtig, die Seriennummer ist richtig, den Work Pass, 1.1.83. Enter bei 8.12. ist auch richtig. Ja, schauen wir mal ganz kurz die Faces an. Passt alles wunderbar. Für einen Monat bleibt sie, hatte sie gesagt. Genau. Puh, hier ist schon ein bisschen mehr zu kontrollieren. 8.2.85, 19.8. So, sie ist Lesrandi. Und zwar in Republia ist Lesrenadi. So, und alles eigentlich gültig, soweit ich das sehe. Und wenn nicht, ist es natürlich echt beschissen, weil dann so viel Zeit verschwendet worden ist, dass irgendwie keine Quillen ist. Und? Ach, ein Glück. Puh. So, haben wir wieder einen Work Pass. Sie geht arbeiten. Sie bleibt für ein halbes Jahr, ist richtig. Ja, haben wir schon wieder so ein Dings bekommen. 1.6.83. Annika Tom, Tomska. Äh, die Seriennummer ist richtig. Sie arbeitet. Lorndas. Kenne ich nicht. Muss ich nachgucken. Obristan habe ich aber noch nie wirklich nachgeguckt. Lorndas ist richtig. So, aber eigentlich stimmt hier soweit alles. Soweit ich das sehe. Ist richtig. Ist auch nicht abgelaufen. Annika Tomska ist korrekt. Und damit können wir sie durch. Ah, das Foto. Okay. Anscheinend möchte ich den Toggle-Button doch nicht benutzen. Für den Inspektor-Mode. Ich soll ihr helfen. Der Dariludum. Okay. Er kommt zum Arbeiten. Er bleibt 8 Wochen. Das sind 2 Monate. Ist natürlich richtig. Muss man ein bisschen rechnen können. 18.03.84 Hinster Niklas. Hinster Niklas. 1.04.82 Jetzt ist er aber nicht mehr gültig, mein Freundchen. Mein Angel-Permit ist longer than I need. Und tschüss. Würde ich einfach mal sagen. Du brauchst einen gültigen Walk-Pass. Ansonsten kommst du hier nicht rein, Junge. Tut mir leid, aber so ist das leider. So, Dariludum müssen wir einfach nur aufpassen. Immigrated. 13.12.82 Ist richtig. Die Nummer stimmt auch. Sarah Hasledine. Ist auch richtig. Outer Grouse Female ist richtig. Das Bild ist korrekt. 25.09.84 Dann schauen wir noch ganz kurz bei der Map. Antegria ist Outer Grouse. Ist also auch richtig. Können wir hier also einen Stempel verpassen. und sie nach Hause schicken. Da ist ja unser Freundchen wieder. Ja, dann brauchst du aber dennoch wieder ein... eine ID-Card. Die fehlt nämlich, mein Guter. Äh? Ach so, das ist ein... Quatsch. Entry Permit. Mensch, ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dass es ein Atroska-Typ ist. Oh man, you funny guy. Äh, äh, äh. Ja, tut mir leid, Alterchen, aber... Heute gibt es wieder nichts für dich. Irgendwann schaffst du es doch mal. Bestimmt. Irgendwann lasse ich dich durch. Das glaube ich. Papiere, bitte. Okay. Immigrate Forever 21.12.82. Das ist richtig. 70 Mjn, bla bla bla. Nikola, das stimmt der Name natürlich nicht. Jetzt kriegen wir vielleicht wieder ein Fingerprint, um zu schauen. Ja, ja, ja. Komm, gib mir... Gib mir deine Pfotenabdrücke. Alias is no one alias is. Und tschüss mit dir. Können wir vielleicht noch mal checken. No one alias is. Schauen wir noch mal nach. Und sperren wir ihn ein. Tja, ist eingesperrt. Ist tut mir leid für dich, aber... Ist leider so. Papiere bitte. Ludum Dari. Da hat er auch schon wieder was. Äh, ja. I do not trust him. I'm afraid he will take my passport and force me to work at brothel. Okay, das heißt, ich werde ihn einfach direkt mal ablehnen. Ich bin ja nett. Und tschüss mit dir. Kriege ich halt zwar eine Strafe, aber... Dann ist das auch vom Teller. Sie möchte visiten. 14 Tage wahrscheinlich. Zwei Wochen, genau. 4.11.82 ist also abgelaufen. Tut mir leid, aber... Das stimmt doch nicht. Ich war beschäftigt. Ja, du, ich bin aber auch gerade beschäftigt. Und zwar mit deinem... Mit deiner Visa-Card abzustempeln. Das mache ich immer wieder mit Freuden gerne, wenn mir Leute solche Ausreden entgegenbringen, wie ich war beschäftigt. Immigrating to Arzogal, 27.12.23, blablabla. Sonja Jarmula stimmt. Female Yoko City. Schauen wir mal bei Colette hier, ob da Yoko City wirklich dabei ist. Auch richtig geschrieben. Wunderbar. Kann also rein, die olle Zippe. Ja, komm, ich schmeiße dir gleich einfach mal den... Deinen Pass entgegen. Sokolov André Transit für... Wie lange? Zwei Tage, wunderbar. Der lügt mich wenigstens nicht an. 21.12. Passt noch. B3, blablabla. André Solokauf. Ach, ist doch ein Scherz, oder? Hier rechts kann man den Piepel sehen. Für Colette hier. Verdammt. Meine 5 Credits. Der Tag wurde wieder verkürzt wegen einer terroristischen Attacke. Und da haben wir 8 Leute korrekt durchgelassen. 40 Credits. Wunderbar. Können wir also den nächsten. Another attack at Grestian checkpoint. Suicide Bomber slips through security. Dancers at Grestian Club found dead. Okay. Was hab ich denn da durchgelassen? Ist mir jetzt aber leid. 29. November 82. Da sind wieder neue Leute eingestellt worden an einem Tag. Die Verluste scheinen anscheinend nicht zu groß gewesen zu sein. To facilitate more through inspections. A search scanner system has been installed in your booth. Collection extremists are suspected and yesterday is bombing. Das heißt, alle Colettechen Leute müssen mit diesem Körperscanner gecheckt werden, bevor sie reingelassen werden. Ja, und hier kann man schon sehen, dass da eventuell eine Spritze oder sowas da hinten dran sein könnte. Deswegen wurde da eine höhere Sicherheitsmaßnahme eingeräumt, um die Leute zu schützen. So, da ist direkt schon wieder ein Colettechen. 60 Tage, aber zuerst werde ich mal ganz kurz das Regelbuch. Colettechets must be searched. Tadam! Die macht sich erstmal laggisch und wird abgeblitzt. So, da haben wir schon mal ein Weibchen. Das ist schon mal richtig female und sie hat keine Waffen bei, alles klar. Können wir also schon mal da diesbezüglich durchlassen. 26.12.82 ist noch gültig. 21.09.83 ist ebenfalls noch gültig. Das ist gültig. Was hat sie gesagt? Wizardin und zwei Monate. Das ist richtig. Helga Tilov. Keine Ahnung, wie die heißt. Colettechia und Fedor. Wunderbar, sie kann also durch. Sie hat nichts verbrochen. Jedenfalls noch nicht. Und wenn sie das tut, dann komme ich einhändig zu ihr und schleife sie wieder über die Grenze. Wunderbar, wieder ein Colettechinten, schade. Immigrating forever, 19.12.82 ist noch richtig. 4.11.84 ist auch noch korrekt. Das Gesicht stimmt, Mail stimmt. Pielta Jarkowski, was ist das für ein Name? Wir haben VG4 und United Federation mit Shingletown. Und dann passt das eigentlich alles und wir können ihm einfach einen Eintritt verpassen. Ja, er möchte nicht arbeiten und er möchte, äh, er ist auch kein Colettechinten. Das heißt, wir können ihn locker durchlassen und hoffe ich mal, dass ich da jetzt nichts Falsches gemacht habe. Nein, das System sagt mir alles wunderbar. I path through the duration of stay. 14 Tage, 15.12.82, 16.05. Da ist die Seriennummer falsch. Das ist natürlich direkt ein Grund, um die Leute einzusperren. Und tschüss. Da bin ich eiskalt, da sperre ich die Leute weg. Nächster bitte. Ha, das Game macht echt Spaß. Da haben wir wieder einen, einen Acht-Sosker-Typen. 95 Kilo stimmt, 2.8.84. Valka Garret, male, okay. Das gibt ein Detekt, das ist nämlich ein Fräulein. Und Search. Ja, wenn ich da jetzt nämlich was anderes sehe als... Ach, egal. Ich sag's dazu nichts. Wenn ich da was sehe, was jetzt nicht männlich ist... Okay, ist ein Männchen, ist die hässlich. Oh, Verzeihung. Man soll natürlich nicht nach dem Äußeren gehen. 2.8.84. Äh, und Orvetsch-Venor war, glaub ich, richtig. Genau. Können wir ja durchlassen. Ist aber ne hässlicher Mann, ey. Tut mir leid, aber ernsthaft. Die will wieder arbeiten anscheinend. Genau. Work. Für ein halbes Jahr. 13.12.82. 23.12.84. So, das Ding ist 1.6.83 gültig. Niev. Ach, Gottchen. Immer mit einem Scheiß dreifach 50.000 Namen, Adiasus und so weiter. Ja, ja, ja. Du hast Multiple Names. Ich kann dir auch gleich mal ein paar Multiple Boxes in die Presse geben. Verdammt, der hat wirklich einen Adias. So, jetzt checken wir mal ganz kurz, ob die stimmen mir. Da stimmt alles wunderbar. Die passt also vom Namen her. Sie ist ein Female True Glorian bei Republia. True Glorian. 10.02.1984. Können wir also eigentlich durchlassen, soweit ich das gesehen habe? Fehlt da noch was? Ach ja, deine Bescheinigung hier. Deine Werkbescheinigung. Gar nicht so viele Fehler, wie ich ursprünglich dachte, dass ich die machen würde. Transiting. Transiting ist aber nicht Visit. Tut mir leid, aber... Okay. Na, dann glaube ich dir das einfach mal. Sammy Wilson. Boston. Das Bild ist korrekt. Schauen wir noch kurz bei Republia nach. Haben wir da einen Boston. Das ist richtig. 25.12.82. Und hier ist 2.5.84. Können wir also abstempeln mit einem... Yes, you can. Kenne ich den nicht irgendwoher? Ein Monat. Das stimmt. Shadi Safadi. West Dresden. Der Name stimmt alles wunderbar. Collegia müssen natürlich untersucht werden. Vorher. Nächster hätte ich jetzt kaum drauf geachtet. Hätte ich nicht auf Collegia geschaut. Aber okay. Das mache ich jetzt sowieso immer, um die Stadt abchecken zu können. Patsch. Und nochmal. Typ hat bestimmte Waffe bei. Ah, da war ja schon was. No weapons or contraband. Obwohl der mir eigentlich ziemlich sympathisch aussieht. Aber leider. Der gibt mir 10 Credits. Hätte ich ihn durchgelassen. Hätte ich vielleicht... Egal. Ich bin nicht bestechlich. Sorry, Guy. Da bin ich knallhart. Er sah aber echt sympathisch aus, der Junge. Er arbeitet zu... Er plant zu arbeiten. Ein ganzes Jahr. 1.12.83 Robert Kohop. Kohop Robert. Das passt schon mal. Das passt. Robert Kohop. Minion. Chorister City. Bei United Federation. Das passt also auch. Also können wir ihn durchlassen. Ist doch alles wunderbar. Warum passt das nicht bei allen? Oh, da haben wir bestimmt wieder einen Mann. Visiting. Für... Ein paar Monate. Das passt also. Nur... Äh. Natra Sullivan. L7 HXB. Und das passt auch. Die ist es Female. Und dann schauen wir kurz bei Impon noch nach. Auch wenn die Zeit unten links blinkt. Zum Kaido. Das heißt, wir können hier abstempeln. Und die Eule durchlassen. So. Jetzt kriegen wir noch einen mit. Eventuell kriegen wir den auch noch bezahlt. Irgendwie habe ich gehört. Irgendwie nach 18 Uhr. Gibt es nichts mehr zu bezahlen. Der visitet wieder. Aber... Tut mir leid. Ich sehe da ein Kuletschen. Und jedes Mal denke ich, wenn dieser Wecker klingelt, dass es mein Wecker ist hinter mir. Aber... Das wäre sehr merkwürdig. Denn... Ja. Es ist halt wirklich normales Wecker klingeln. Was hast du denn da schon wieder, Schickes, mein Kleiner? Warum schickst du das nicht zu uns? Nein, ich kann es nicht sehen. Das habe ich getippt. Der hat da irgendwie Waffen dabei gehabt. Oder Bespritzen oder irgend sowas. Und deswegen wird er verhaftet. Wird er Eis... Ich habe keinen Fehler gemacht. Wow, wie nice. Sehr schön. Kommt man hier auch irgendwie raus. Eigentlich wollte ich jetzt einen kurzen Cut machen. Aber... Einen Token haben wir schon mal. Wir haben das mit Space freigeschaltet. Den... Was ich auch noch nicht benutzt habe. Ja. Dann schlafen wir doch einfach mal. Und damit würde ich sagen, beenden wir kurz den Part. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten wieder. Bis dann. Haut da rein. Und ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.